Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge, wo wir jetzt unsere 3D-Szene nehmen, eine Kamera hinzufügen und das Ganze rendern wollen. Okay, wie heißt es doch so schön? Licht-Kamera-Action. Ja, das Licht haben wir schon mal. Fehlt uns noch die Kamera und die Action. Ach übrigens kannst du meine 3D-Szene, die beschriftet ist, unter diesem Video als Trainings-Preset runterladen. Also, auf geht's. Ins Thema Kamera. Eine Kamera ist total wichtig, damit wir das Ganze dann auch am Ende rendern können. Weil ohne einen Blick, den ich habe, kann ich das Ganze nicht sehen. Also ohne Kamera keine Aufzeichnung. Und deswegen suchen wir uns mal hier eine Kamera 3D raus. Okay, und wenn ich mir diese Kamera 3D einmal anzeigen lasse, dann sehe ich schon mal, in welche Richtung sie zeigt. So, und jetzt möchte ich sie hier reinziehen, in das Merge 3D. Und wenn ich mir das Merge 3D anzeigen lasse, dann sehe ich, meine Kamera ist ziemlich nah und ziemlich sehr an meinem 3D-Text dran. Das möchte ich ändern, indem ich in die Kamera gehe und auch hier das Ganze nach hinten ziehe. Okay, jetzt nachdem wir unsere Kamera in der 3D-Szene platziert haben, wollen wir ja eigentlich wissen, wie es durch unsere Kamera aussieht. Und dazu brauchen wir ein Render 3D. Den holen wir uns hier direkt als letzte Note in der Kette rein. Und jetzt müssen wir von dem Merge 3D in den Render 3D reingehen. Und jetzt macht es natürlich Sinn, mir einen zweiten Viewer zu holen und mir den Render 3D anzeigen zu lassen. Und du siehst jetzt, wir sehen gerade gar nicht viel. Und das liegt daran, dass wir in dem Render 3D noch gar nichts aktiviert haben. Wir haben jetzt zwar Licht, aber das wird in dem Render nicht gezeigt. Und deswegen müssen wir hier unten unter Lights and Shadows aktivieren. Und jetzt siehst du schon mal was. Aber wir müssen noch unsere Kamera auswählen. Und das ist unsere Kamera 3D 1 in diesem Fall. So, und jetzt sehen wir quasi, was unsere Kamera sieht. Und wenn wir jetzt die Kamera anwählen, können wir genau denselben Trick, den wir vorher beim Spotlight genutzt haben, auch anwenden. Ich nehme die Kamera, gehe hier in den zweiten Tab, klicke unter Pivot auf Use Target. Und jetzt habe ich hier ganz einfach einen zweiten Punkt, der quasi immer dahin guckt, wo die Kamera hinguckt. Und ich bemerke, ich muss mit meiner Kamera noch um einiges weiter raus. Oder wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Objektiv magst, dann kannst du hier vorne in der Kameraeinstellung auch noch deine Fokale Länge nehmen und deine Focal Plane. Die wird jetzt gleich wichtig, wenn es darum geht, Tiefen und Schärfe in deine 3D-Komposition zu bekommen. Ich möchte hier erstmal etwas weitwinkliger gehen. Dazu gehe ich zum Beispiel auf ein typisches 24mm Format, ziemlich weitwinklig, und stelle mal die Kamera so von halb oben und schräg ein. Okay, jetzt möchte ich für Demonstrationszwecke mal unseren Text 3D noch ein ganzes Stückchen nach vorne holen und dem eine andere Farbe geben. Okay, ich würde gerne, dass du das für dich selber ausprobierst. Nimm eine 3D-Kamera, verbinde sie in deine 3D-Merge und geh von der 3D-Merge in einen Renderer 3D, damit du auch siehst, was deine Kamera sieht. Und dann stell die Kamera von der Position her so ein, wie es dir gefällt. Und danach zeige ich dir, wie du Tiefen und Schärfe in diese digitale Kamera bekommst. Wir sehen uns gleich. Okay, jetzt möchte ich dir zeigen, wie du Fokus ziehen kannst in deiner 3D-Szene. Dazu musst du wissen, dass der Renderer 3D und die Kamera 3D miteinander interagieren und verzahnt sind. In der Kamera stellst du quasi deine Fokusebene ein, also wo der Fokus liegen soll in deiner Szene. Und im Renderer 3D stellst du quasi die Tiefen und Schärfe ein. Und das zeige ich dir jetzt. Okay, zuallererst einmal möchte ich meine Kamera 3D anwählen. Und dann möchte ich hier unter Control Visibility die Focal Plane aktivieren. Und du siehst, ich habe jetzt hier drüben eine grüne Box hinzubekommen, die mir quasi anzeigt, wo meine Fokusebene liegt. Und die kann ich jetzt unter Focal Plane bestimmen. Aber wenn wir uns den 3D-Renderer angucken, der hat immer noch alles vollkommen scharf. Und das liegt daran, dass es unterschiedliche Arten von Renderer in DaVinci Resolve Fusion gibt. Es gibt einmal den Software-Renderer und dann gibt es den OpenGL-Renderer. Und nur im OpenGL-Renderer kann man so richtig schöne Tiefen und Schärfe erzeugen. Deswegen switche ich zu dem OpenGL-Renderer. Der OpenGL-Renderer ist übrigens auch der schnellere von beiden. Jetzt kann ich hier unter Accumulation Effects enable Accumulation Effects anwählen, was quasi unsere Tiefen und Schärfe ist. Und du siehst sofort, Bäm, ist alles, was in dieser Ebene ist, scharf und der Rest ist unscharf. Und um diesen Blur jetzt anzupassen, kann ich unter Amount of DOF, also Depth of Field Blur gehen und das Ganze runternehmen. Je weiter ich das Ganze nach unten nehme, umso mehr schließe ich quasi die Iris meiner Kamera, falls du es von der Kamera kennst. Also umso weniger wird der Blur. Ich kann ihn auch aufdrehen und dann wird alles richtig mega unscharf. Und meistens, wenn du bei 1 bist, dann ist das Ganze super unrealistisch. Deswegen halte es am besten so um die 0.2 bis 0.1, um eine realistische Tiefen und Schärfe zu erhalten. Und genau das würde ich dich jetzt bitten, auch zu tun. Setze deinen Fokuspunkt in der Focal Plane und aktiviere mal die Accumulation Effects, also deine Tiefen und Schärfe in deiner 3D Kamera. Und danach zeige ich dir, wie man das Ganze animieren kann, damit man ein bisschen Bewegung reinbekommt. Denk dran, Licht, Kamera, Action. Okay, ich hoffe, deine Kamera sieht jetzt sweet aus und du hast schöne cinematische Tiefen und Schärfe in deiner 3D Szene. Gucken wir uns doch mal an, wie wir deine Kamera animieren können. Und damit etwas Parallax, also etwas Bewegung in die gesamte Szene hineinbringen können. Ich könnte jetzt zum Beispiel die 3D Kamera animieren, indem ich einfach in Translation gehe, hier Keyframes für die Position und so weiter nehme und auch für die Focal Plane anwähle. Und dann gehe ich zu einem anderen Punkt in der Zeit und bewege meine Kamera und meine Focal Plane und es wird automatisch ein Keyframe gesetzt. Und wenn ich das jetzt abspielen lasse, dann siehst du, bam, habe ich eine kleine Animation in 3D. Und so schnell hat man eine 3D Animation. So, du siehst jetzt, der Render von den ganzen 3D Sachen ist ziemlich langsam. Und das liegt eben an diesen Accumulation Effects. Die würde ich grundsätzlich immer erst zuletzt einstellen, weil das gibt dir enorm viel Renderzeit. Wenn ich die jetzt ausmache, habe ich die 3D Effekte, habe ich die Animation sehr schnell, sehr einfach animiert. Okay, genauso wie du jetzt deine Kamera animiert hast, kannst du jedes andere Objekt in 3D auch bewegen lassen, indem du einfach ein paar Keyframes in den Transform und in den Rotation Properties im dritten Tab, also im Transform Tab gibst und dann das Ganze sich bewegen lässt. Und die vollständige Szene könnte dann so aussehen. Okay, und das ist jetzt deine Aufgabe. Animiere mal deine Szene, sodass sich mindestens zwei Objekte darin bewegen und du am Ende ein schönes Resultat hast. Ob das jetzt die Kamera ist oder ein anderes Objekt oder ein Licht, ist dir überlassen. Okay, ich hoffe, deine 3D-Szene hat jetzt genügend Action. Und jetzt kommen wir mal dazu, wie wir das Ganze exportieren beziehungsweise gerendert bekommen. Okay, das ist jetzt erstmal grundsätzlich meine 3D-Szene. Ohne Tiefen und Schärfe, ne? Weil für die Animation ist es, wie gesagt, besser, die Tiefen und Schärfe auszuhaben. Okay, jetzt wollen wir das ganze Ding rendern. Also von der 3D-Szene, die wir hier drüben haben, in dieses Bild überführen. Und das haben wir quasi schon gemacht mit dem 3D-Renderer. So, jetzt möchte ich noch Folgendes einstellen, und zwar Bewegungsunschärfe. Und das kann ich ganz einfach hier unten in dem dritten Tab einstellen, unter Motion Blur und hier die Qualität auf einen höheren Wert stellen, sodass er auch schön rausgerendert wird. Und wenn du dir das jetzt anguckst, das wird jetzt ein bisschen langsamer gehen, aber wir haben dadurch etwas Bewegungsunschärfe mit drin. Und dadurch ist es viel, viel schöner anzugucken. Und du siehst, mit Bewegungsunschärfe hast du hier diesen Blur von der Kante. Wenn ich den ausstelle, habe ich den nicht. Dann ist es eine gerade Kante, und das ist meistens nicht so natürlich für das normale Auge. Und du kannst es natürlich auch auf einen höheren Wert stellen, wenn du mehr Abstufungen und schönere Abstufungen hast. Aber 5 reicht für langsame Bewegungen vollkommen aus und ist ziemlich schön anzusehen. Okay, jetzt habe ich Bewegungsunschärfe. Dann aktiviere ich mir noch die Accumulation Effects. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch mit meinem Media Out verbinden. Aber wir haben ja noch gar keinen Hintergrund. Und den kannst du einfach 2D-mäßig einfügen, indem du ganz einfach dir ein Background-Tool hier hereinziehst. und eine Merge gehst von dem Background in den orangenen Pfeil der Merge und von unserem Render 3D in den grünen Pfeil der Merge und dann in den Media Out. Und wenn wir uns das jetzt angucken lassen, können wir dann im Background die Farbe bestimmen. Dazu nehme ich jetzt hier mal einen Gradient und gebe denen einen runden Vorlauf. Ich persönlich mag das, aber du kannst im Hintergrund jede Farbe geben, die du haben willst. Und das ist eigentlich auch schon alles, was du brauchst, um deine erste kleine 3D-Szene zu erstellen. Also wir merken uns, wir brauchen erstmal ein 3D-Objekt, also ein Shape 3D, Image, Plane 3D, Text 3D oder ein FBX bzw. ein Alembic-File. Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und dann brauchst du ein Merge 3D, eine Kamera 3D und all das geht zusammen in die Merge 3D und dann daraus in den Renderer 3D, wo wir unsere Tiefenunschärfe einstellen können und unsere Motion Blur, falls wir die ganze Szene animiert haben. Okay, und als nächstes gucken wir uns an, wie man mal komplexere Formen miteinander verbindet und wie man 3D-Objekte in DaVinci Resolve Fusion hinein importieren kann. Also falls du einmal ein AT&T oder ein Raumschiff in 3D haben möchtest, dann ist das das Tutorial, was du gucken solltest. Und danach schauen wir uns an, wie man das Ganze texturiert, also schön aussehen lässt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!